die einkaufsdinge wo man sich zeug für die ich habe keinen kopfschuh ich habe doch dann die marvel scale oder nicht das schnabelt hier item buyer hallo item buyer ohne sturdy oder kauft nur kacke items so ein scheiß bist du jetzt echt nicht hinaufzug gegangen weißt du gehst eine halbe minute vor mir los ich habe noch so ein bisschen runter und kommt gerade aus dem treppenhof nein wenn wir auch die latina die alka los was 1000 klicks hallo ist das geht schon wieder trainierst du jetzt oder was nein hier ist ein trainer mit dreist was geht das hier aus dem haus ja ist echt so leider gibt es auf was auf ich lenke die ab ich habe pokémon mit pilzspur und du nimmst das mit ist du hast doch ein harian das kann das tragen kaputt machen wir können ja auch machen kaputt machen oder bis zu ihrer klart ihr da sein kaputt machen das ist gut ich glaube schon dabei die startung zu klauen ist jetzt schon mal das ist das was du siehst ja ich habe schon mal bitte runter an den strand gemacht ich finde das geil dass die kinder ihre sandburgen bauen zwischen tot und taurus alles klar deswegen gibt es dieses sandburgen pokémon das hat einfach die geister von toten taurus in sich jetzt wissen wir wie es passiert ist kohle die hört doch eh niemand zu warte mal was gar nichts da kommt er nicht mal rein besser leuchtturm mann was hast du gesagt mach einfach den marcy und rede einfach gar nicht mehr korrekt nein das muss ich normalerweise machen nein du bist ein lügner du stinkst ich weiß gebe ich auch zu diesmal der gute alte sailor lulu ich reite auf einem hochhaus rauf rauf guck ob du runter springen kannst ich fang dich mit meinem zigzag wieso bist du ein fahrrad ich weiß auch nicht red mal mit bruce kämpfe mit einem ein badmatch der hat sogar ein x-bar voll nice ich gehe alle häuser durch das ja auch so ich bin zu gut falsch gedacht hier ist ja dieses beauty zeug wettbewerbe boobie zeug aber da kommt man nicht rein boobie zeug okay dann boobies 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 sohn weher du hast hier gleich die stadt richtig angeguckt oder was komm mal mit ich zeig dir was ich hab vor dir die stadt angeguckt du warst du auch schon in dem gebäude drin war überall drin das ist auch lustig aha das klingt so falsch in einem gebäude drin sein nein das schon der überall drin war der hat demenz das ist ja schön so bin ich schade dass es kein karl ist bleib ja gut ich hol mir mein super wie würdet ihr das aussprechen supett oder schuppett schuppelt 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 wegen pappelt ja da war was kann ich hier jetzt entlang no warte mal da war doch nicht der weg zum oder oder da war doch nicht der weg zum oder das coole tenter als wir können blind fast sofort gold beibring was ist jetzt was nein aber in soja gut ja das ist mir klar aber ich und schon nehmen das beste mal wobei in echt das haben wir letzten schon besprochen shelter auf jeden fall allgemein allgemein warum bist du eigentlich so ein gehirn noch ich dachte das ist mein part mit dem gehirn noch aber nein du bist gerade nur der ultra mongol er stecken bleiben weil man sich auf schilder legen könnte und du könntest damit überall könnte ich sogar mit honig einschweren scheiß auf dem lockt du musst du keinen buch dort verschwenden also kannst du so mal ein wach zu bekommen doch nicht deswegen hat ich hätte auch so die gute verteidigung weil das wird dort gebissen weil natürlich ein nagelot und fragezeichen ja okay was fragezeichen ist wenn wir wahrscheinlich sind aber warte man es schafft auch im englischen schafft ja haben wir noch nicht gesehen also wird es das wahrscheinlich sein moment warte aber kann doch hier in der safari zu den höhlen ebolis fangen fettnis über mir ein nagelot du stinkst doch mal nicht gewissen tiana haben oder wie wenn er mal ein blitzer weil wir für die lektor pokémon hallo fritzel blitz wir sind ja nur ruhen ja oder müsste ich jetzt wieder komplett zurücklaufen machen mutti ich habe michelgon level 60 ja aber man extra ist nicht gut man extra ist gut ist das ist voll gut ich schon mit solchen linie und ein alles klar ich habe es weiß sogar echt ja ich habe ihn tatsächlich damals ist diese schule okay okay damit pokémon von terminas das war so schön damals was passiert davon gibt es keine aufzeichnung ich habe ich den kampf nie hochgeladen nein ich habe den gesehen ich habe dann hast du irgendeinen gecatscht gecatscht ja hochgeladen ich habe gesehen ja aber hochgeladen ist er nicht ich habe ihn gehört ja ich schreibe hochgeladen pokémon von terminas gekillt ist mir klar kohle hat jetzt noch die aufnahme also aber jemand mit wollte los hier hat natürlich nicht fertig bekommen akusteller wird nein das wäre zu einfach ja aber seitdem habe ich auch gelernt akusteller kriegt man nicht mehr kaputt ja also mit einer roll gerade immer mein lieblings ratten pro akusteller kapast und mein team fährig wofür brauchst du im team wenn du auch ich muss doch gegen terminas kämpfen immer noch was du ich muss auch ich muss auch noch gegen terminas kämpfen musst du ich muss auch noch gegen terminas kämpfen ja weil cover stimmt das aber er hatte keinen bock wir hatten keinen bock das ist wahr der letzte spieltag ist unserer auch wusste ich nicht ich habe all meine kämpfe schon längst hochgeladen ja du stinkst ja auch mal wieder hier ist ein felix 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 das schnabeltier vielleicht kämpft mein fiebes nicht gegen einen menschen ich habe mir glaube ich echt zwierlicht hast du denn ein düster umhang zwölklub geht auch voll klar eigentlich ja stimmt mit evolith hat den habe ich ja gute kannst auch zwölklub so spinnen da trotz raus ich mag keiner ja richtig wir haben alle da wir in hohen sind eine überdosis von dir bist du sie jetzt wollen die wahrscheinlich ein zickzack auf level 90 ich fand es eigentlich total ist ja war es auch aber es hat auch nicht stunden ich verwenden weil es was ist es ist nervig erst fack auch schon wird wer hat schon geile somit aber mannett mega bannett gibt es nicht also mega bannett gibt es nicht noch nicht hoffentlich mr lepper wir werden wahrscheinlich gegen mega bannett in der top sie kämpfen müssen und gegen mega absolut und gegen mega boter lander ja ach du meinst nicht mega altaria werden müssen wahrscheinlich nicht weil der drachentyp wahrscheinlich mega boter lander hat ja ich weiß aber er hat im spiel boter lander und altaria ja aber ich glaube hier werden sie in erb unter land als mega gegeben und eis von eis typi hat sie sagen und wenn sie sich an rubin saphir halten dann hat es diesen mega meter groß ja das 100 pro wenn ist also wenn die wirklich was wir hier jetzt gemacht haben damit ich traurig ich dann naja ja wir werden es ja sehen wäre der wasser arena leiter sein wird